Ja, die haben rechts glaube ich auch einen Sunny, das sind viele Infanteristen, lass die mal pushen. Ja, die haben einen. Ja. Ja gut, ich heil dafür viele. Was ja eigentlich die Hauptaufgabe ist für einen Sunny. Ich bin gerade als Indie unterwegs und mache ziemlich viele Kills, was ich ziemlich geil finde, aber leider mit der falschen Waffe. Weil ich nicht die mit dem Panzerabwehrgeschütz mache, aber ich mache sie die ganze Zeit mit der Zyklon, weil sie mir direkt vor die Flüte hinzubekommen. Weil ich kein Gegner auf Distanz sehe mit beider. Oh Alter. Mit dem Tower könnte ich die auf Distanz holen, aber nein, sie sind alle im Narkampf die ganze Zeit. So, Hammer, Hammer, Hammer. Oh nein! Aheln, drück ich immerhin, auf die Nader. Ich hab übersehen. Level 100, secret, von so etwas. Jajig! Dann mach mal ein paar Punkte zu. Sven hat mich in die Nähden rücken. Sven auch ein paar Punkte kriegt. Hm, 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 hm. Boalzer, Whewенняel, Wichser. Wo ist das mit dem zugunordon? Ja, von Aysha. Aysha. Aysha, Ayshe, Ayshe. ist normal bei alarm kommt eine galaxy ich weiß nicht ob es unsere ist unsere und ja hinter uns kommt wieder einer der kommt aus dem haus dann gehe ich wieder rüber zu wenn ich irgendwie hinkommen manchmal wegpunkt erst mal punkte ich will erst mal punkte snacken dann geht es noch und bleibt einfach das weiche ist sieben sekunden da das gleiche hier zählt auch nein das passt doch 21 los risiko hammer glaube ich mache bei schwartz noch mal kurz anti er kurz an die ist dauernd einer lebt aber noch dass wir auch aufgeschwunden dann hole ich mehr reichert einmal läuft wieder für uns das ist schon mal gut ja bei mir wo ich bin ist noch ein sandi in der nähe von meiner position scheiße wo ist der hin wie ist der hin nice bug ich bin in einem schrank gespawnt in so einer kiste und ich komme nicht raus weil die erholung das heißt ich bin jetzt quasi in dieser kiste drin und um mich herum sind wände aber ich kann durchgucken und ich kann durchschießen die woanders abkühlen erschießen ich habe ein anweisungs-update bekommen aber es sind keine gegner hier einer wenn es liefst mit der schutzgang in der kiste und keiner könnte mir was anhaben alter wäre das lieb so jetzt kann ich die nächste klasse nehmen was an muss denn eigentlich alles schnipa bräuchte ich noch zehn oder gott nicht nehmen jetzt die leichte mit der chaos die scheiße chaos kompakt salver kennt ihr die scheiße dies scheiß nackt er wollen wir jetzt meinen harry war ein schatz ziehen können wir machen es dann ist da und das ist noch einer ich brauche es ist unglaublich wieviel das hat ich sie rumtravelte er macht also ich brauche jetzt nur 139 abschüsse mit der waffe auf 139 ja ach du scheiße dass ich dann anweisungs-update kriege hobby los das bin ich die video nicht schießen also dass hier oben tote liegen also auch verpeilt verteidigt eine galaxie da oben ist am burnen das gefällt mir schon mal und sie fällt runter und sie ist kaputt ich hasse da ist noch gespawnt wir haben rechts auch sonst nur ja und links steht eine galaxie und hier sind jetzt wieder weggelegt ja die haben rechts glaube ich auch ein sunny das sind viele infanteristen dass sie mal pushen ja der man ja ich sehe ihn jetzt auch ich stecke fest das reicht nicht doch reicht wo sind die rechts und links ja und meine netten kill gemacht und ich hasse die graus die ist so behindert mit einem salvo nach direkt doch halt das leckt einfach so hart ja teilweise der schaden kommt irgendwie eine sekunde nachdem du geschossen hast oder so ich wollte lieber 1 2 3 4 5 6 an dies wir haben hier echt sechs an die stehen da hinten haben wir uns anruhen so er ist anrufe sondern da oben aber die da oben werden jetzt schon geräbt von unserem red train ich komme jetzt auch noch mal nicht viel die haben und red train kaboom nächstes an die dauernd nein es ziehe ich mir eine flash da hat er recht jetzt sind noch mehr Sandys ich glaube ich glaube es dauert auch noch länger bis wir die alle haben wo jetzt sagen die mich mit der Bulldog und mit so sei denn anderes Opfer aber nicht mich weil ich schieß Raketen ich schieße ich schaust an die dauernd ich komme jetzt auch so schnell mit dem red train dass die sandys explodieren was ist denn da vor mir ich komme nicht aus der aus der ding raus er ist ja wieder ein kill mit der zyklon gemacht bleiben sie einfach da an der tür stehen ich glaube ich spinn von links kommen bohrer laden links ober am berg von unserem klima halte ich war wie aber noch mal wieder haben wir machen ich glaube dass wir dann gut aus halt doch hell wird ich glaube nicht weil dann vor da draußen steht und da war ein stück da hat mich gerade nämlich so hat die neuen und es ist ja okay wenn der brawler sind dann ist bullshit ist nicht richtig hoch auf die bürger und versuch vom gebirge aus mit der panzer lenkraketen so ein bisschen red train zu machen wo da oben futter ist der was ich wollte gerade hier nach oben du müsstest mir sagen wo der ist was denn der sandmann auf dem gelände da hier ist keiner glaube ich mehr der war vor einem richtung nordosten markus sagt ja wenn hier oben ist auch einer ja da war eben auch einer da in der position wo du jetzt bist und dann müsste einer sein gewesen sein da unten ist einer glaube ich ja 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 beim verteidigungssymbol glaube ich ist einer das sind so viele gegner ja 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 den machen aber nicht ich bin ich bin mal ich bin mal weiter weg also außer weiter größer radius ich meine hinter den bergen also ganz weiter links da ist keiner doch da ich habe ihn recht die wohnung bei der links ist auch einer ja ja ich habe markiert ich habe ja immer der panzer dinge hin und schießen ab wo bist du nehmen die unterricht was wir uns haben ja ich sehe dich kommen ob du weg kriegst er ich treffe ich sagte dann halt ein einsatzschild dann auch mehr gegner die ganze zeit aber so ein solches ist halt assi also ich geh ich helfe dir mit schießt mal weiter ich gehe mit c4 noch an ja pass auf der laufen dauernd gegner hat das wieder eine kommen die kommen zu dir dann achtung rechts rechts und die lassen sich hinter dir die treffen sich das ist gut ist gut es passt schon schieß weiter ich bin dran aber ich bin dann jetzt sicher die ganze zeit wieder es braucht kommt schon ab 18 b jetzt man zu ihm die mann bergner hat hat die jose der witsch habe ich da geschossen wird die gekälde du hast ihn gekillt ich habe nur ein bisschen und es ist also ich habe noch den typen wenn es ist habe ich gemeint dem du gerade erschossen hast was soll denn habe ich getötet ja die an die hast du gekriegt ins dann ja sich bekommen dass du den das ist das team team wir wechseln uns ab mit den kräften super hätte lieber in sandi gehabt und jetzt habe ich den weg mit der zyklon erschossen kann kann darüber wir brauchen die hüben noch leute ja ja warum die haben noch jetzt kein sandi mehr ja trotzdem das ding zurück ist und trotzdem einige hier drin und er killt mich natürlich wieder das problem ist hier bei mir sind auch noch einige da ist die ganze sandi der ich jetzt jagt weil ich ihre max weg geschossen hat das hat ihm nicht gefallen ich glaube dass anja denen auch nicht gefallen dass sie den verloren haben tag alle alle so schön wie sporn sind und einfach geplatzt ist der sandi soll ich den nächsten weg geholt habe also gerade habe ich irgendwie so ein flow digger ein flow nur gerade habe ich den richtigen flow ich guck mal sicher hier unser haten wir hier kriege ops